Mit dem BMW Motorrad Connected Ride Navigator beschreitet BMW seit Anfang 2024 völlig neue Wege in der Motorrad Navigation. Der neue Navigator, der häufig einfach CRN genannt wird, wurde von der Firma Cyrus Technology GmbH in Aachen entworfen und wird in China hergestellt. Weil er nicht auf Garmin-Technologien basiert, wird der neue Navigator nicht von der Garmin-Software Basecamp unterstützt. In diesem Video wird gezeigt, wie man in Track-of-CD geplante Routen zum neuen Navigator exportiert. Der CRN kann Routen verarbeiten, die als GPX-Track, GPX-Route oder Liste von GPX-W-Points exportiert wurden. Jedes Format hat dabei spezifische Vor- und Nachteile. Navigiert man mit GPX-Routen, funktioniert das sehr gut, aber es werden keinerlei Zwischenziele angezeigt. Nutzt man einen GPX-Track, ist das Verhalten sehr ähnlich, allerdings kann man den Track vorab auf dem Display einblenden. So sieht man im Falle einer Sperrung, den ursprünglichen Verlauf der geplanten Route. Das Umfahren von Sperrungen funktioniert mit bei der Navigation mit Routen oder Tracks ausgesprochen gut. Sollen Zwischenziele erhalten bleiben, muss man die Routenpunkte als korrekt sortierte Liste von GPX-W-Points zum CRN exportieren. Stimmt die Reihenfolge nicht, kann keine sinnvolle Route erstellt werden. Außerdem muss eine solche Route immer auf dem Gerät neu berechnet werden. Hat eine Route nur Start und Ziel, oder gegebenenfalls einige wenige Routenpunkte, wird der Verlauf der berechneten Route völlig anders sein, als man es bei der ursprünglichen Planung gesehen hat. Damit Planung und die berechnete Route so gut wie möglich übereinstimmen, sollten die Routen nicht länger als etwa 300 Kilometer sein und möglichst viele Routenpunkte enthalten. Anders als der alte Navigator 6, beherrscht der neue CRN keine Via- oder Shipping-Punkte, da dies Garmin-spezifische GPX-Erweiterungen sind. Weicht man von einer Route ab, die auf GPX-W-Points basiert, muss man daher alle Wegpunkte manuell überspringen, wenn man sie beispielsweise wegen einer Sperrung nicht anfahren kann. Track of CD berücksichtigt diese Besonderheiten des neuen BMW-Navigators, in dem sowohl ein Track- als auch eine Route und W-Points exportiert werden können. So kann man jederzeit selbst entscheiden, welches Format man verwenden möchte. Einzigartig ist dabei die Möglichkeit, eine Route automatisch in mehrere Tracks aufzuteilen. Enthält eine Route beispielsweise Routenpunkte für Frühstück, Mittagspause und einen Kaffeestopp am Nachmittag, kann man diese Routenpunkte im Stil von Garmin Basecamp als Via-Punkte markieren. Ist das Auto-Shipping aktiviert, wird jeder neue Routenpunkt zunächst als Shipping-Punkt markiert. Fügt man einem Shipping-Punkt eine Pause hinzu, wird er automatisch ein Via-Punkt. Die Regel lautet also, Routenpunkte, bei denen an anhalten will, haben eine Pause. Im folgenden Beispiel sehen wir eine Route in Südfrankreich. Es sind bereits drei Restaurants entlang der Route in die Karte eingeblendet. Start und Ziel sind jeweils Hotels, die wir bereits zuvor gebucht haben. Jetzt nehmen wir die Restaurants als Zwischenziele in die Route auf. Das einzigartige Auto-Shipping von Track-Off-CD bewirkt nun, dass die neuen Routenpunkte automatisch als Via-Punkte markiert werden. Die voreingestellte Pause beträgt 5 Minuten. Wir verlängern die Pausen auf jeweils 60 Minuten und kontrollieren in der Routeninfo die aktualisierte Fahrzeit. Ist die Routenplanung abgeschlossen, geht es an den Export zum neuen Navigator. Wir verbinden den Navigator über ein USB-Kabel mit dem Computer und öffnen die Anwendungseinstellungen. Im Abschnitt Gerät klicken wir auf Unterstützte Geräte automatisch erkennen. Nach der Erkennung wird der CRN in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen, sodass er künftig automatisch erkannt wird. Klickt man auf USB-Gerät auswählen, öffnet sich die USB-Geräte-Auswahl. Hier sieht man, welcher Ordner im Dateisystem des CRN ausgewählt wurde. Nun schließen wir die Anwendungseinstellungen. Den Dialog für den Routenexport erreicht man über das Kontextmenü der Routen oder über den Button mit dem Pfeil-Symbol am linken Rand der Karte. Es öffnet sich der Dialog für den Routenexport. Hier gibt es zwei Voreinstellungen für den CRN-Export. Routen können über ein Cloud-Rive in Verbindung mit der BMW-App oder über ein USB-Kabel exportiert werden. Zur Unterscheidung wird in der Beschreibung ein Cloud-Symbol oder das Symbol eines USB-Sticks angezeigt. Wir wählen die Voreinstellung für den USB-Export aus. Am linken unteren Rand des Dialogs wird jetzt eine Liste der aktuell angeschlossenen USB-Geräte angezeigt. In der Bildergalerie wird gezeigt, wie man eine Route nach dem Export auf dem CRN öffnet. Jetzt klicken wir auf den Button mit dem Stift-Symbol und schauen uns die Einstellungen etwas genauer an. Unterhalb des Reiters Einstellungen sehen wir, dass als Zielgerät USB-Gerät ausgewählt ist. Das Feld Präfix ist leer. Beim Exportformat steht Vi-Point und Route. Alternativ kann Vi-Point und Route AR ausgewählt werden. AR steht in TrackCD für das automatische Auffüllen von Routen mit zusätzlichen Routenpunkten, das Automatisch-Refinement. Die drei Checkboxen haben ein Häkchen. Dadurch wird vorgegeben, dass zusätzlich zur Route ein Track exportiert wird. Ist die Option Track in Segmente aufteilend aktiv, kann man einstellen, wie das Aufteilen erfolgen soll. Hier ist Track an Viapunkten oder Pausen aufteilend voreingestellt. Diese Einstellung bewirkt, dass der exportierte Track bei den Viapunkten aufgeteilt wird, die wir zuvor in die Route integriert haben. Wir schließen den Bearbeitungsdialog für die Exportziele und klicken auf Export. Einige Augenblicke später ist der Export auch schon abgeschlossen. Um zu zeigen, was exportiert wurde, können wir den Exportdialog erneut öffnen und den internen Speicher des CRN anzeigen. Hier ist auch ein Import aus dem internen Speicher des CRN möglich. Nach dem Import sieht man die aufgeteilten Tracks und wie sie locker aneinander anschließen. Hier wird automatisch vom jeweils folgenden Track ein kurzes Stück abgeschnitten, was nach den Pausen den Einstieg in den nächsten Track erleichtert. Ob man die Tracks aufteilt, zur Navigation eine Route oder die Liste der Viapoints verwendet, kann jeder Anwender für sich selbst entscheiden. Die Nutzung der automatisch aufgeteilten Tracks erscheint etwas umständlich, aber man hat die Gewissheit, dass der Verlauf der Route dem entspricht, was man geplant hat. Außerdem wird man alle wichtigen Zwischenziele zuverlässig erreichen und nicht versehentlich daran vorbeifahren. Damit wären wir am Ende dieses Videos. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald! Bis bald!